So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. So, wir gehen zu der Party, würde ich mal vorschlagen. Mal schauen, ob die auch auf mich da losgehen. Hallo. Nur Gästeliste. Wenn ihr Name nicht auf der Liste ist, kommen sie nicht rein. Ist mein Name nicht auf der Liste? Mal sehen. Ah, nein, ein falsches. B. 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 Bain. Ah, hier steht's. Batman. Darf ich? Hey. Sieht aus, als ob sie der Ehrengast wären. Fick dich. Ich kann es wenigstens angreifen, das ist schon mal nett. So, haben wir es. Haben wir Erfahrungspunkte gekriegt? Tatsächlich, wir haben wir Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Gut. Als ob sie irgendwoere Sion verlaufen hat. Ja, wer ist das tschockt? Das geht. Wer ist das? Schifft dir wunderschönen. Ja. 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 Okay. Ja, ja. Ja. Und die Benimleistan Women gehen. Jaa. Genau, ja. Ja. Ich fang Hackfleisch aus dir! Oh, ich bin das erste Mal getroffen worden? Ja, einige liegen eh schon am Boden. Ja, haben wir nochmal schön abgeräumt, würde ich sagen. Ja, ich bin das erste Mal aufgeräumt. Ja, ich bin das erste Mal aufgeräumt. Wir waren da ja schon einmal drinnen im Besucherraum. Da habe ich einfach mal nur so reingeschaut. Und das ist auch Ego-Perspektive. Und da vorne ist dann halt das Gespräch gekommen mit diesem Joker. Auf der Leinwand halt. Oder in dem Bildschirm halt drinnen. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt? Das wird ein Kracher. Zehn, neun, acht, sieben, sechs und vier, drei, zwei, eins. Okay, offenbar geht das jetzt in den finalen Kampf. Ich komme und hole dich. Nein. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown. Ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine schönen Wädenpflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Hey, wieso mein Lieber vom wahnbesessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal... Nicht mal... Na gut. Dann gehen wir es mal an. So, ich habe einen Kart gesetzt. Nicht wundern, ich bin nur jetzt zweimal gestorben. Das erspare ich euch. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Es ist halt ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Gewöhnungsbedürftig. So, jetzt kommt er. Gleich den Batarang in die Fresse hauen. Und das ist das, was halt einen voll dann am Arsch geht. Zack. Jetzt macht er die depperte... Diesen depperten Flächenradius. So, die liegen alle am Boden. Zack. Boom. Gleich nochmal das Gleiche. Hin. Weg. Sehr gut. So, der eine liegt jetzt da am Boden. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das heißt, das nützen wir gleich mal aus. Da fressen wir ein bisschen an Schaden. Das macht nichts. Aber schaut, das ist schön. Ah, das hat sich überhaupt nichts gebracht jetzt da. Aber wurscht. Weg. Ah, das ist auch irgendwie irgendwie behindert gemacht. Ich habe keine Ahnung. Man kriegt ja diese Fähigkeit, nach fünf Kombos einen sofort auszuschalten. Egal, wie viel Lebensenergie er hat. Und dann, wenn man gleich rauskommt, ist man natürlich gleich wieder... So, wie jetzt zum Beispiel. So, zack, boom. Jetzt ist er gleich hin. Und jetzt würde ich sofort wieder an Schaden fressen. Das ist irgendwie komisch gemacht. Aber ja, passt schon. So, auf ihn da. Den Großen. Sehr gut. Und ich kriege trotzdem den Schaden. Ich verstehe es nicht. Es ist irgendwie komisch. So, der ist jetzt da benommen. Das heißt, ich könnte eigentlich... Ja, genau. Auf ihn draufhauen. Ja, fast. Jetzt ist er nochmal benommen. Das heißt, wir können nochmal auf ihn draufhauen. Sehr gut. Ich kann ihn reiten. Rodeo. Schaut's. Seht's ihr? Es ist urkomisch gemacht. Eigentlich müsste ich unverwundbar sein, damit ich die Fähigkeit vollkommen ausschöpfe. So, geht's schon? Sehr gut. So, du bist weg. Oder? Das geht sich ja wohl aus, oder? Nein, es geht sich natürlich nicht aus. Wie soll es denn auch anders sein? Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Bleibst du den da hinten weg. Du bist tot, Batman. So, schnell hin. So, einer ist schon mal weg. Das ist ja schon mal ein netter Anfang. Alter, schaut's, was da oben kommt. Wurscht. Das nehmen wir in Kauf. Ja, ich tue blocken, aber es funktioniert wieder nicht. Also, kontern. Weg mit euch. Ja, komm nur her. Da schaut's, da funktioniert's ja auch. Keiner greift mich an. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund der Kommission, oh Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Nein! Batman! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon, gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Oh, du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Die! Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Bald schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams freilauflassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Retters. Wir haben den Turm- und Kreiszeit. Wann zieht da Joker für seine Aktion durch? Oah! Oh! Showtime, Batman! Gebt den Krüppeln bei uns! Wie was sie quatschen können! Hä! Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen. Ich weiß, du willst es. Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig! Sehr witzig, aber du hast mir trotzdem den Spaß verdrungen. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Los geht's los! Los geht's los! Los geht's los! Kommt rein, Jungs! Ich hab ihn schon für euch weichgekocht! Ja, natürlich. 120.000 Gegner. Und Ringrichter? Wie ging die Runde ihrer Meinung nach aus? Lass mich nicht schlagen, Idiot! Alter! Was ist das da, was da auf mich zukommt? Was ist das? Ah, ne Bombe! Alter, es ist urschlimm! Steuerungstechnisch ist das urschlimm! Weg! 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 Haha! Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll! Alter, warum? Du schlägst wie einer! Was soll ich ihn da tun? Also gut, es ist mir schon klar, dass ich gegen die kämpfen muss. Aber... Muss ich nicht Joker irgendwie besiegen? Alter, ich versteh das nicht. Noch mehr Helikopter! Wie aufregen! Bad Claw auswählen! Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf Gotham zumarschieren und eine Armee von brutalen Monstern umgeben! Na, Bad Claw! Komm runter da! So, verliert er jetzt Leben? Achso, ich muss ihn zum Einsturz bringen! Wenn ich das hinter mir hab, reiß ich dir da! Okay, ich versteh! Ah, okay, ich versteh! Okay, okay, okay! So, jetzt müssen wir wieder ausweichen die ganze Zeit! Und dann muss ich ihn wieder runterziehen, auf gut Deutsch gesagt! Na ja, sehr, sehr klar! So, kann ich ihn, das kann ich gleich nochmal machen! Nein! Erst wenn er mit dem Rücken zu uns steht, okay! Erst wenn er mit dem Rücken wieder zu uns steht, so! Jetzt weiß ich wie es geht! Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin! So wissen wir! Ja! Sag ihn doch mal! Ja! Schnell weg! Sehr gut! Sehr gut! Den schnell wegpratschen! Sehr gut! Den kontern! Kontern! Sehr gut! Weg! Weg! Sehr gut! Boah! Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll! Ich konzentriere mich extremst, damit ich den Kampf gleich auf Anhieb schaffe! Hier reinrennt! So, jetzt da! Komm runter da zu mir! Was machst du denn? Komm runter da zu mir, habe ich gesagt! Dafür wirst du sterben! Sehr gut! Einmal noch, dann haben wir's! Lass mal sehen! Komm, geh auf deinen eigenen Mitspieler da los! Ja, genau! Ah, jetzt geht mir urmarsch! Ich kann nicht wirklich, ich kann nicht ausweichen! Bin gleich wieder zurück! Ja, ja, geh nur rauf da! Passt schon! Schick deine Schergen wieder runter! Einmal dann noch, dann habe ich dich! Haha! So! Ab geht's! Natürlich! Es werden immer mehr! Und Ringrichter! Wie ging die Runde die Ramanen nach aus? Was? Besschen die Mauter! Sehr gut! Einer weg! Wer schießt da auf mich? Alter! Komm, Alter! Schleich dich da! Na, 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 na! Der holt sich da hinten wieder die Waffe! Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin! Du bist nicht der Größte, ich bin der Größte! Jack Radar! Kannst du mich hören? Ich habe eine Nachricht für alle meine mich bewundernden Pads in Gott! Batman hat das Gebäude verlassen! Komm runter da zu mir! Das hält mich nicht auf! Komm runter, habe ich gesagt! Ich kann's vertragen! Ich kann alles einstecken, was du austeilst! Pads! Du kannst mich nicht besiegen! Ich werde gewinnen! Bereit zur nächsten Runde? Immer! Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen! Niemals! Fett! WELCOME! 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 Dad, Gott sei Dank, ich war so besorgt. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom verändernden Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft ist. Und Dad, wie geht's dir? Ich überlebe's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komm alleine klar. Ruhe dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Sei vorsichtig, Jim. So, wir haben's durchgespielt. Batman Arkham Asylum. Der zweite Batman-Teil, den ich jetzt hier durchgespielt habe. Er war absolut leibend, muss ich sagen. Gameplay-technisch ist er jetzt da nicht der absolute Favorit. Da haben's in Arkham Knight, weitaus, ah, Arkham, ja, oh ja, Arkham Knight, haben's weitaus besseres Gameplay eingebaut. Das Bild schaut irgendwie komisch aus. Ja, ansonsten muss ich sagen, von der Story her, das mit dem Venom ist eigentlich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, überhaupt, dass sich Joker verwandelt. Ja, er kommt auch in Arkham City vor, was ich weiß, was ich auch noch let's playen werde, allerdings erst später. Jetzt hab ich mal genug von Batman, ein bisschen runterkommen von Batman. Ich werde jetzt da mein neues Let's Play starten, mal schauen, welches das ist. Wahrscheinlich ein Ego-Shooter namens Bulletstorm. Wie gesagt, leiberndes Spiel, gute Story. Gameplay-technisch halt nicht so, aber ansonsten muss ich sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch wenn ich es ziemlich schnell durchgespielt habe. Das ist irgendwie komisch, dass ich 20 Parts dafür gebraucht habe. Für Batman Arkham Knight habe ich, glaube ich, 60 gebraucht. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Okay, ansonsten wünsche ich euch was. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, macht's das gut, tschüss Baba, euer Herzfehler. Die Credits lasse ich so wie immer. Ciao. Die Credits lasse ich so wie immer. Die Credits lasse ich so wie immer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020